Was meint Masere? Jetzt der will er sich abgestanden in Sach. Wir kommen zum Wort Masere. Was meint Berndes Masere? Was meint Masere? Wir reden als Sachvergung Masere. Was meint das? Was meint das? Ich will doch uns, Masere Berndes, wieder ist so, von ganzen Jehaps. Und die Verständnis von Masere heißt das, was meint Masere? Was meint Masere? Was meint Masere? Was meint das? Was meint das? Was meint das? Was meint das für den Begriff? Wir reden als Sachvergung Masere. Wir reden als Masere. Schalscheres HaKabale, Schalscheres HaMasere. Was ist das? Interessant ist der Rambach. Der Rambach mit seiner Gdome zu Mishneh Tere schreibt das里 truly Teil von der Rambach. Ferran Sie haben, das nicht ganz die gut zuhören. Limdo Meishe Rabbeinu, Tehre shebaalpe ot meishe gelernut, Kulo, die ganze Tehre. Beweissdinei, in sein Bezden, in sein Yeshiva meines, gerade die Yeshiva meines. Scholeienskeinim, die Ienskeinim, die Ienshivimish, die Chachme Israel. Limdo Meishe Rabbeinu. Da darfst du da gut einhören, die Merken, die Vakabulari, die Sinanim. Limdo Meishe Rabbeinu, Kulei bebeisdinei, Scholeienskeinim. Heistresa Meisheo dirregge lerern tevifo menschen, miszibitsiim. Osfoli shivimish, misziknei Yisrael, woaczaltam mineruach asheru lecho, 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 woaczaltam mineruach asheru lecho. Asheru lecho, 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 shuhu talmid ishom meishe, ashe meishe starnit, mosah teroshabalpe, mosah, mosah, teroshabalpe, veitziwohu aleo. Veitziwohu aleo. Veitziwohu, veitziwohu aleo, veitziwohu aleo, izdarama pesot, drei begreif modera. Ayens ken imoto gelerint, limdo meishe rabbeinu bebeisdine. Die drei, pinchos, yeshua, on eloso, ni nitno gelerint, nor kiblu meishe rabbeinu. On yeshua izanusla, nitno limud, nitno kabole, veitziwohu aleo, veitziwohu aleo. Interesant, veitziwohu aleo, veitziwohu aleo. ni nishtibohu aleo. Episode rambam, drei begreifte, limud, kabole u masere. Anfas tengevela del limud en kabole, und derunterschied zwischensei u masere, veoma vissn vod aram fashtu tamasere. Eibir vint wissen, vos iz limud, un vos iz kabole? Isto in toch meishe rabbeinu limdo, bebeisdine ishalayens kenin. U pirchos, veelozov, vyeshuach, schloshton, kiblu meishe, virda gefecht, vos iz limud, un vos iz kabole? Limud weisht ja, vos limud iz. Meishe od gelaernt, vidi schiwibus keninim. U fes, alle schiwibus keninim, ni gane, zolche, ne, vos meishe od sie gesocht, mu se verstande. Vos meishe od sani kendariot to, ne? Se kummin haasheile a bissele andras, vmeishe od gesocht, iz such heinti irrede, such morgen nach haim, si godi schaele di to, in en afas. I gane doch kemul isht oistracht, ma deshailez al pung zain, od pung, vida ramu od jopo gestocht, a bissele andras. I mit limud iz soz, da os alt mit limud musge filen, pung, di identishe khal. I mit limud musge filen, zeluzer, vyeishua, zeluzer, O, vn terras meishe, zeluzer, 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 Weil er nur so jeser mit Moloch, mit Moloch ist fähig, scharf, reich. Ich denke alle, alle metalligen Tere, alles geworben seine eigene Tere. Und ich sehe das doch. Nur von deswegen seine Säge werden in Kablin. Jeschua er nicht nur einen gewinn an den Kabl, nur als gewinn ich Hamei Seher. Und Jeschua, den man dem Meisha, Mose, die Mose, die Mose, die Mose und das Bedeutung, ein Messer sein mit Dress. Interessant, mit einer Fragende Inzach, die wir uns hierher, die Mose und das Bedeutung haben. Wir haben ihn mit Mose und die Mose, 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 die Mose und die Mose. dann werden sie sie eben für sie. Sie haben sie auch, sie es ist. Sie haben sie, sie haben sie, sie sind. Sie sind so wichtig, sie werden nicht so wichtig, das ist er. Er steht das für sie, Sie haben sie, sie haben, ihn zu tun und wir schlagen. Sie haben sie immer das für sie und dann gesagt. In die Masseire, in die Privilegien von Masseire, nicht nur Kabole, weil er es Talmide ist schon Meisher. Fräkzach, nur Jeshua ist vom Meisher Abbaen es Talmide. Wenn man also hat Pirke, dann haben sie gelernt, lernen Thäure. Die Menschen sind auch hier beim Meisher. Sie sind doch immer sein Talmide. Und es gibt auch Pirke, sie sind Talmide. Und die Shille im Skänium, sind nicht Talmide beim Meisher. Und die meisten Menschen sind nicht Talmide beim Meisher. Und die Menschen sind nicht Talmide beim Meisher, den Meisher Abbaen. Und wir haben alles, dass sie Talmide beim Meisher, Was meint der Rambach? Weißt du, dass Jeshua ist gewähnt, welcher Rabeinus hat Talmid, in der Zeichen, was nicht der Loser und nicht der Pinchos und die Jeshüelskind im Seine gesehen. Sie haben nicht gewähnt Talmid, aber nicht alle Talmide im Seine machen. Eppes ist gewähnt in Jeshuis Talmides. Eppes ist gewähnt, wo sie ihm das nicht hatten. Wir verstehen, wo es Jeshua hat, wo sie ihm nicht hatten. In welchem Sinne Jeshuis gewähnt der Talmid, wo es der Loser und Pinchos sind nicht gewähnt? Interessant ist der Pusach. Lomazern. Aber mehr weiter, ganz genau wie die Parche, wie Jeshua ist, wie sie ihm erhmerkt wird gesagt. Der Rabeinus hat ihm gesagt, »Veisumachto es Yotcho Olof, es Yotcho. Einen Hand. »Veinusato meitcho Olof, lemayishmucholadaz Gnei Israel. «Veinusato meitcho Olof, »Veinusato meitcho Olof, es Yotcho Olof, »Veinusato meitcho Olof, es Yotcho Olof. « »Veinusato meitcho Olof, es Yotcho Olof. Interessant ist es besonders. Wenn das Rebbeinlich gesagt hat, also geben Smechen Jeshuen, dann sagt er nicht die Werte. Vesamachto es Jodcholof, Vesamachto meidcholof. Dann gibt es zwei Sachen. Sehno sei in der Auflegung der Hand, und im Sack sei, Mannig sei ihm. Er meinieren auf ihm seine Pracht, sein Haid. Eppes von die Karne Haid, von dem Schein, von Meches Panim. Vesas Meche, und du referierst den Mepheil, steht in Tvayitin meidhiolof. Es steht Tvayismeich es Jodcholof. Vos weistois, Adav nosatou meidcholof, Vot Mechefashtanen in Zinnen von der Zweiter Hand. Vesamachto es Jodcholof, mit ein Hand, und der Zweiter Hand. Vesas Mechefashtanen, die Tvayitin meidcholof, die Tvayitin meidhiolof, steht in Tvayitin meidhiolof, steht in Tvayitin meidhiolof. Vesas Mechefashtanen, die Tvayitin meidhiolof, zweimal Sehres. Zweimal Sehres. Einmal Sehres hießt, vesamachto es Jodcholof, mit ein Hand, die Zweite Masere hieß, mit der Zweiter Hand. Jede Hand, die Gäbma Masere. Ey, mir geht ein Sachchen, und geht mit ein Hand, und darf mit dem Tvayitin zwehen. Und die Zweite Hand, und die Zweite Hand, repräsentiert die Masere von Heidin meidhiolof. Was ist die Masere von Heidin? Was ist die Masere von Heidin? Welche zwei Maserein haben die Zweiten symbolisiert? Wemes, seien du, zweimal Sehres, Wemes, zweimal Sehres. Und ich will da reden, sei, koljomai gedalte minachachomim, und ich habe ich am Masere, und ich analiziere mich allein, in Retrospekt. Siehe, ich habe ich mit Kabel gewinnt, zwei Maseres, mein Foto, auf meine Sehres, und bei mir ist, jeder Tag mit Kabel, einfach mit zwei Maseres, und in die zwei Maseres, die ganze Inhalte von Heidin. Und das, und das, was ihr hört mit Kabel. Ein Masere ist ein Masere von Heidin. Ich wollte sehr gerne sagen, ich weiß, wie kennt euch, ein Masere, ein Intellektuelles Masere, ein Masere, der Erlaten war die Masere. Die Unit, die Masere, der Erlaten wurde Therонь Alsher und er war das, so hat es dann eingesse mit dem Schäbert entstanden, mit dem Erlaten Gottes S查. Mit dem Erlaten, mit dem Erlaten. Und was wusste ich nan rằng, es war Diben mit dem Erlaten, mit dem Erlaten, Andere Massehre sind mit Methoden, Drohchen, Prinzipien, Zugangen, Darki Alimut, aber theoretisch, intellektuell. Es ist eine Massehre von Amkes, eine Massehre von Hekew, eine Massehre von Präzisie, von Exaktheit. Es ist eine Massehre von Aswore, eine Massehre von Avone, von analytischem Denken, von Definieren, von Spauten, von Verstehen, von Kennenmasken, Ziemaskonnes. Und also, Gesehder, Gesehder, Sie Intellekt und Intellekt und Seicho und Seicho und Seicho und Seicho. Und eben ist die Massehre, er wird nur fragen, jeder riedert das Leben der Massehre, aber gewinnert die Massehre, wenn sich eine Sache wie jeder Intellektuelle ist, unternehmen, wie jeder geistige Arbeit, wenn sich an die Geschichte ist von Menschen. Andere, die Menschen, die Menschen, die Menschen, mit der Sache, die Geschichte, können sie tiefer sein, die ganze Massehre. Andere, die Menschen, die Menschen, mit weniger Intellektuelle Massehre, können sie tiefer sein, weniger Massehre. Sie ist ein Intellektuelle Massehre und grundsätzlich, die ist ein Esoterische Massehre. Und es ist ein Massehre von Talminechen Chachami. Und das ist ein Massehre von Lomdes, Lomdes ist ein Massehre von Lomdes, Lomdes ist ein Massehre von Massehreinig, von Kind bei Suf. Und mit der Karne, mit der Massehre. Es ist ein Massehre. Die Massehre ist der Ruhe im Ereiz mit dem Job mit dem Job. Wir können sagen, dass die Massehre unserer Erde, die intellektuelle Massehre, die geistige Massehre ist. Wir können sagen, dass die Massehre. Aber, Faktisch, wenn wir das immer noch an der Massehre, die erzlochen uns, die hauen. Sie sind ja nun mal bei der Karne, die Bekanne, die Bekanne, mit Guffe, mit Zerriss, mit Schreie, 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 mit Schreie. Das war ein ganz anderes Hintergrund, ein modernes, akademisches Hintergrund. Und nicht nur, wir können die Massehre sein, die Massehre. Der ist Commitment an der Part des Massehre. Die Feinde mit Mordelaide, den wir verlassen. Der ist verlos, weil sie ist tiefer. Sie ist tiefer. Sie ist breiter. Sie ist breiter. Wir können spalten im Himmel mit einer Massehre. Und wir können dagegen an der Massehre. Und wir können dagegen an der Massehre. Das liegt unser Kehr von der Orthodoxie. Und das verhalte ich aus der Orthodoxie. Der Challenge in Amerika ist, nicht hälsächlich, ist in einem großen Maß der Intellektuelle. Der wird siegen bei jedem, die alle Gruppen wird siegen. Und der, was sich herausweisen in die Intellektuelle Stärke. Denn die moderne Welt ist eine Intellektuelle Welt. Der Seichel regiert. Seichel, dass sie in der Orthodoxie gewähren regiert. Und die Intellektuelle sind in mir die Stärkste. Aber jene haben gelohnt es nicht, haben sie keinen Intellektuellen Jadus nicht. Und nach Jadus nicht keinen Intellektuell, er kann nicht siegen. Das ist ein Mensch. Das ist eine Massehre in der Juni. Und die Massehre, der ist esoterisch, exklusiv. Sie ist in der Hand von dem Israel. Weil die Menschen in der Kirche sind, und die Menschen in der Kirche sind, und die Menschen in der Kirche sind, und die Menschen in der Kirche sind. Das ist auch in der Kirche, der Kirche ist, der Kirche ist. Das ist eine Massehre in der Kirche. Das ist eine Massehre in der Kirche. Das ist eine Massehre. Das ist eine Massehre in der Kirche. 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 Und ich lach mal so ein paar Schöpfe. Ich lerne gerade an dem Jahr, in der dritten Woche, in meiner Zeit zum Arschi und Yeshiva, so gehe ich aus der Massecha Tschabes. Wir haben zu akkert Massecha Tschabes in der Köln. Wir haben genümmen, weil wir das verbandelt mit den Begriffen in der Konzentration von dem Mieden, von der Köln. 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 Ich weiß, was der ganze De-Faktor ist. In der Bekanahe. Die Bekanahe ist mit der Noks, mit der Zigg, mit der Hei, mit der Krone, mit der Fire. Aber die Bekanahe ist mit der Fier, mit der Zigg, mit der Noks, mit der Herner. Und wie oft, in der Köln. von der Fakur, mit der R elevenы. Eine Menge mit der R deeply die Köln. 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 Diese Mund wird nicht hervorragend geschrieben, wo wir das, was nur ein Schausch alt besch perdehen. Der Vergang der Schausch, in den 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 Schausch. Auf der Schausch geht's, wo das Schausch ist bei der Erfahrung der Schausch. Es ist eine Le 있는 Schausch, es ist eine Erwachung, die heute in den Freien. Hier ist noch wenig für Schausch. Das ist wichtig, aber man darf erbringen in den jüdischen Heus Shabbos. Nein, das ist jüdische Heus Shabbos. Und man darf sehen wie Shabbos sind uns. Tere dem Ribäischlom darf man nicht nur kennen, man darf ihn kennen, wie da es hat die Shem al-Gecher. Und da wird gesagt, Schleimann. Ja, er darf ihn kennen. Und der Ram sagt mit 200 Leiter. Ja, er darf er nicht. Teea und er darf ihn nicht. damn! Aber das ist sehr großartig. Das ist ein Americaer. Aber das ist ein Abgrund. Daher ist ein Abgrund. Das ist ein Abgrund. Und der Abgrund. Schabes mit Gmesch mit Gmesch Schabes mit Gmesch Wenn du zu wissen, wo es ist, ist noch weniger, wo es dir dienen ist, noch erotter Gedarvet sein, in der deutschen Musik, schon kommen wir zu Chsidien, in der Chsidische Stippe, zu Schales Judes, und Jürf Lager Mosein, in Sangenen Warschen, in Januar, und ich erzure mir jeden Träger Masse, der Kulis, Kulis, hier steht wie die Chines Kulis, und ich sage, wir haben ja 24 Jahre in Hennes Rysdrich, sagen Sie, wir haben von Chais, sagen Sie, wir haben von den Emei-Lochim, sagen Sie, wir haben noch nicht in dem Schabels, so ist sie etwas mehr, 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 und am meisten zu sein, mit dem Kedisch nicht von der abstrakten Emei-Lochim, mit dem Kedisch, mit dem Kedisch, nur, es gibt eine Realität, man muss nicht kennenlernen, und vielleicht singen, sitzen, verwecken, so ist es, wir haben Spätchen, wir haben drei Sterne, fünf Sterne, sechs Sterne, so sagen Sie, ich muss noch, an die Sterne denken, wir können richtig in einem Gucken an die Sterne, und sagen, es ist nur, es ist nur ein Gdilin davon, und davon, die beiden in der Kedische ganze Meise, und vielleicht ziehen im Schabels, und ziehen im Schabels, und ziehen im Schabels, und vielleicht singen, wenn sie in den Echolo, die auf sie finden, im Meer, sie haben sie, sie haben sie nicht gewöhnt, wenn sie in den Himmel, wenn sie in den Echolo, dort gesessen, wenn sie in den Echolo, in den Echolo, in den Schabels, wo es sagt, ich wollte umkehren zu der Woche, die kein, eben lebt das durch, in das zweite Masse, das ist echt nicht stamm geworden, das ist nicht stamm, die Romantik, das ist eine Masse, der von denen ist, was sie geschaffen worden, Und die Menschen, die Botei der Messina, im Sorge der Jeschua, ist nicht nur der Alokes, oder die Chaboy, die Überlebung gehen. Und das ist nicht eben erst so, dass sie andere Stevens Zeit haben, das ist eben auch nicht ansteuerung, die Menschen, die Menschen und G readers каждый sichern, die Menschen während der Kirche großen, die Menschen die wir im Kieper, die Menschen eine Geschwäre, die den Ärmer und die Krane. dann vielleicht数 Weihnachtsbüangan auch nicht alles ist, die Menschen die sie in Weregein. Und das ist eine Weekend zu adequ Doom, die Menschen dabei für Eng Camper oder das Schaboy zu erinnern. Wir spielencr Pon sided. Je, 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 ist ein Loch, 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 ist ein Gedanke und Ideen und auch schon wissen, andere Sachen. Gute, andere Dinge, nichts, aber halt, halt! Ich wollte, wer muss eben Masber sein? Ich lege mir das, ach, mal sitzt ich ja hier in einem Glas von Jung Inglach und mit Neigier, deshalb Neigier, curiosity, und ich wollte es mehr und mehr wissen. Und ich will sie Masber sein, nicht, dass ich da loge, ich will sie Masber sein, den Tarn von dem Kippen mit Reuschen, Das kenne ich nicht. Das hat ein Gedanke verbringen in ein Haus, wie ich verbracht habe, bei meinem Segen, bei meinem Vater, so kann ich in der Sprache, und die selben Präume sagen, wie ich in Kippe... Wie hat das? Die Massehre besteht nicht von Begriffen. Sie werden nicht von Begriffen. Sie besteht nicht von Ideen, sie besteht nicht von Arschowes, sie besteht von Sentimenten, von Riksches, von Erfahrungen, von Experiences, Überlebungen. Die Massehre besteht von einer Trehe, von einer Neue, was ich gesehen habe, was ist geblieben bei mir. Oder sie besteht von einer Hand, was hat gezittert. Und sie besteht in dem... in der Eko, was der Besmeldre schlägt auch Klinge, in dem Omen, noch ein Chazelsbruchey in Kippa, bei Nacht, von Schechajonowik, Immunowik, Gehonu, lazmana zes. Das käme nicht immer gegen Massehre, das muss man nie überleben. Die Massehre geht nicht durch Wärter, durch Meissen, durch eine tolle Massehre, da ist eine tolle Nasehre, da ist eine tolle Mekabeln rein. Der Mekabeln darf reingambeln in Sachen, und sich zu gucken, und absorbieren, und einschlingen in sich. Die Massehre ist zu assimilieren, und ein bisschen weiter kriegt die Massehre, eine merkwürdige Massehre. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Massehre? Ich will das da betonen. In der ersten Massehre ist der Rebbe, der sie da hat auch. Und der Rebbe lernt, und der Talmud hört. Und in der Talmud versteht nicht, wie der Rebbe Massehre macht. Und in der Talmud ist er fähig, er versteht nicht. Die erste Massehre ist gegeben geworden. Sie ist gegeben geworden. Sie ist definiert geworden, sie ist formuliert geworden. Sie ist geschrieben geworden. Und es war spelt auch. Die zweite Massehre... Ich finde, ich habe gesagt, das ist ein Lach in der Schuhe von der Ruch, wie ein Lied, das ist ein Film, das ist schon so eine Zitkia Schäfer. Aber es hat ihnen gar nicht geschrieben. Oder wir hier darf dann Tschübe essen, da dienen wir nun Tschübe. Aber was heißt, will ich sagen? Wir hier darf Darmel Müller, das nächste Jahr der Peschi. Oder wir hier darf sich für uns nicht vieler Sacklöses. Das ist schon alles. Und ich kann nicht vorschreiben. Ich kann nicht vorschreiben, wir können vor Riksches, vor Erfahrungen, vor tiefe Sentimenten, vor Überlebungen. Und wie werden die Maseres nicht doch in Essen verkehrt, Gedele Yisroi, sagen Sie behaupten damit. Sie können zunieren, Gedele Yisroi. Gedele Yisroi sind gar nicht wahr und haben gesagt, sie observieren bei sehr, Avede sehr schön. Gedele Yisroi sollten eine Richtung, vor allem, sehr wissende Tiere, mal wird Tiere sein. Aber sie kommen zu den Momenten von Avede, vielleicht sagen sie gleich, Gedele Yisroi, ein Jeshi bis Sesa. Ich verbeheh auch. Bei Gedele Yisroi oder Mashaal, mein Vater, so viele brauchen vielleicht die Zogen Tile im Moment. Und ich habe es gemerkt, die immer in mein Leben. Ich habe gesagt, keinmal nicht vorgestellt, mein Vater, keinmal nicht gesehen, keinmal nicht gesehen, keinmal nicht gesehen, aber die Zogen Diktile, und wenn wir nicht, das meiste, ich habe das immer gemerkt, das immer gemerkt, und der immer gemerkt, mir auf eine große Masse. Dann sind die Masse, die Masse im Juni. Und ich weiß was ihr ruft dort, die Masse ist alle eben, die Masse sind alle eben, die Masse ist alle eben, die Masse sind alle eben. Und am Anfang vielleicht zu machen, mir doch zu uns noch ein paarトrischen, mit dem ganzen Meer. Und dann konnten wir alle sagen, die Erei nicht glauben zu ihm, aber wir haben uns da auch gut auch zugucken, wir haben es da auf einen Wegpack. Aber die Sachen von Znias, aber die Sachen von Abide, die Sachen von Musa, die Sachen von Gedusche, die Sachen von Überlebungen, die Sachen von Simche, von Zahar, von alle die ganze religiöse Erfahrungen, ey, der Tal mit Wilder gehen darf er nicht lernen Aber die Sachen von Zahar, die Sachen von Überlebungen, die Sachen von Abide, die Sachen des Amnes machen, Ich habe mich immer wieder von Herzen gesagt, dass meine Sachen von Zahar bin, dass ich mich auch noch nicht, dass ich die Nähe des Seahors werden, Ich habe mich keine. Ich habe das Maße, das Maße, das Maße, ich habe mich in einem Sa CHAH, Das hat nur Elisha gelehrt, er hat die Gossen Wasser, er hat gesehen wie bei Leyon von den Achtrisseln die Hände, was hat waschen die Hände zu Minche, er hat zusammen mit Leyoanowig gesorgt viele Sacken von Neymar, und er hat gewusst wie Leyoanowig gesorgt viele Sacken. Und das ist wichtig, dass er wie Herr Nashir in Shibode der Reise oder in Gudassik Lachitzler. Nur die Kabole ist die Kabole mit Suterres. Von der Pfarrer haben wir doch am Märkten gesagt, in der Leyen der Literatur der Havel von der christlichen Theologen und der christlichen Mystiker, da erzählen wir uns auch meistens, wie sie haben gebringt nach dem Rebbenen Shalom, und wie sie haben missparellt mit dem Rebbenen Shalom, und wie sie haben sie getroffen mit dem Rebbenen Shalom, und wie sie sich gebrannt gilui, Gott je bat die alle Gdeli Yisrael meistens von sich. Was haben die Gdeli Yisrael geschmitten von sich? Gdeli Yisrael mit der Tuzari, mit der Rambam, was haben gebrannt mit der Iber menschliche Liebe zum Behrer Elam. Wie der Rabe, wie der Rambam sagt, wie sie waren, dass der mensch werkt mit Shugel, der Rambam zu beschrieben mit Kirsli, und wie sie haben sie geschrieben mit Kirsli, und wie sie haben sie gesagt, wie sie haben sie mit Shugel. Der Rambte zeigt sich, dass sie gehen zu David, nicht sie gehen in der Pfarrer, David. Aber sie gehen mit den Neyen. David ist mit Shugel, also sie verliebt sich in der Rebbenen Shalom. Alles klar ist, das ist der Rambam. Kramt für Liebe. Und dann hat der Rambam erzählt, dass der Rambam sagt, dass der Rambam sagt, dass der Rambam sagt, dass der Rambam sagt, weil unser Masseire Shimushis ist eine Masseire von Hester. Die Masseire Junis ist von Illumi. Dort ist ein Lehramt, dort ist ein Arbeitstere. Das tut jeder wieder allein. Und in Beemessen ist das interessant. Im ersten Masseire steht in der Tereh hat der Rambam gesagt, Beallei Allayah Hohro, bei Jeho amit der Lechoh Jesu evern, der Tereh war mitzwoahe, welcher gesagt hat er Leer Esor. Und Geshe gebeten dem Rambam sagt er, Die Tereh werden gelernt, aber ich will wissen wegen hau-i-ha-musser. Ich will wissen, wie mir das Volk von mir lebt, ich will wissen, wie mir das Omerkappalien zu lebt, wie mir das Tolerieren, wie mir das Mechel sein, wie mir das Selea, wie mir das Sein Gut, wie mir das Praktiziere Chesse. Ich will wissen, wie mir das Sech freien und wie mir das Sorgen und wie mir das Sech mischtattet sein mit jenem und wie mir das Sein Allein und wie mir das Sechaber sein mit jenem. Ich will wissen, was die Tiere schon erlebt. Du erzulichst mir absorberen, an nie aviarkol tu wie alpenecho, wie corosi bichem adiesem leifonecho. Oder es den allz behalten, bizakkeisi kapio lecho, es den allz behalten Und die Massehre von Bajeret Adichembeonung ist nicht nur Jemulton gewandet worden zum Eichen. Und die Massehre von Bajeret Adichembeonung ist nicht nur Jemulton gewandet worden. Und die Massehre von Bajeret Adichembeonung ist nicht nur Jemulton gewandet worden. Und die Massehre von Bajeret Adichembe. Gäste werden die, dass wir den Tag vor Ort sind, dass er die Veranstaltungen vorhandenen. Er wird die Veranstaltungen vorangehlt, ihn wird er und er sagt, Er wird noches Blasen gegen Jan. Er kommt an der Beisler. Und das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss.